Wo geht's hin? Wir sind jetzt so spart heimgekommen Vom Würstelhof Oder was das heißt? Hörst du sie? Die deutsche Uhr ist aber seiterländisch gewesen Ja, sehr seiterländisch Mante Bozzaufe und ja Lasst uns überraschen Das sind Varianten, die ich noch gar nicht kenne Das ist recht, dass es recht eine verkehrsarme Strasse da oben Schön jetzt hier oben Da werden ungefähr 1400m werden Hoffen wir auch das Beste Dann wird sich der Wiener Rostoschassen schwitzen Genau Der Schnee ist auch noch geblieben So viel haben wir jetzt daheim auch nicht Nein, eben Jetzt sind wir schon ein Stück hier oben Richtung Schneiderwiesen Geht echt super rauf Und ihr seht, dass die Sonne kommt Also Richtig warm Ihr seht vielleicht auch in der Schweiz Da ist sicher ein bisschen Alkohol dabei von gestern Ein bisschen Anstrengung auch Das ist ja der Bier Ja, Stratum es auch Jetzt ist es ein bisschen weiter mit Macht zwar wenig Sinn, wenn Schnee sehr kann Aber Ja, ein bisschen Luzern wird es Ja, dann kämpfen wir uns weiter auf Die Niasenzeit? Die beste Zeit Lecker Was gibt es? Rügenwelle-Spezialitäten Genau Tee-Wurst Geschmack Und grüner Pfeffer Ja Jetzt sind wir kurz vor dem Gipfel Weil da ist es echt total sonnig Und nicht zum Hucken Ist ein mega Platz Im Jena am Boden hucken Es ist jetzt überhaupt kein Feuchten da Und nichts gemacht Ja Jetzt machen wir da mal Pause Dann geht es nur 50 km auf, oder? Genau Und dann nehmen wir in den Trail einsteigen Ja Wieder Flack- und Artillerie-Stellung Ich meine, das ist relativ unspektrisch leer da oben Weil es hat alles zugewachsen ist Im Laufe der Jahrzehnte Und da sieht man das auch Flack-Stellung Montepoza Montepoza Das sieht man über ein paar Ruinen Und von dem Montepoza gehen eigentlich ganz coole Drehsachen Von jeder Richtung Einen Messer haben wir in so einem Block den Fünfer auf die Schneiderwiesen Und fahren mit einem solchen und einem dreier Ja Lassen wir es losgehen, oder möchtest du auch noch was sagen? Nein Flacks Right on Die Maschine Flacks Rote Nasen Schon wieder Ja Wir sind gerade zurück und es war absolut mega Ja So geil Echt haben wir erachtert Richtig warm da noch So ab 1000 Höhenmeter Letztes Jahr Seht ihr die Sonne scheint da Und ja Über unsere Schneedache rausse Seht ihr da hinten sind wir auch gefahren Ja Ganz coole Sachen gewesen Ja und mega Lamm Super Lamm Super Lamm Fahrt sie hier nach Die Eindrücke habt ihr gesehen Ja Rot ist immer Reise wert Gut Und Daumen nach oben bitte Das Video Ja Da klingt jetzt den Dick In den Teilen Tschüss Ciao Ja